... 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 Ich bin jetzt dran. Ich fange ja gleich an. So, jetzt fange ich an. Soll ich jetzt anfangen? Das ist so laut, das ist so übersteuert. Warte mal. Ja, ist jetzt besser? Ja, jetzt ist gut. So, jetzt fange ich an. Franz hatte die Haltung eines stramm stehenden Soldaten. Aber im Liegen. Der Wecker hat vor drei Stunden geklingelt. Jetzt ist es acht. Drei Stunden in Kanickelstarre. Der Gedanke an die Arbeit schwebt über ihm, wäre ein Adler mit ausgestreckten Krallen. Seit zwei Stunden hätte er in Gummistiefeln auf dem Misthaufen stehen müssen. Mit der Forke in den Händen. 800 Kubikmeter Pferdescheiße umsetzen. Von A nach B, dann nach A und wieder zurück. Dazwischen wässern und düngen. Bis der Mist eine Temperatur von 70 Grad erreicht. Von oben die Sonne mit 40. Der Mist unter den Gummistiefeln fast doppelt so heiß. Aber es war kein gewöhnlicher Mist von gewöhnlichen Pferden. Er kommt aus den Rennstellen. Aus den Ärschen der Sieger des großen Einlaufs. Mit Namen wie Phoenix oder Apoll. Sie fressen nur das Beste. Scheißen hochwertige Nährstoffe, Samtphosphor und Arsen. Für die höchste Liga der Nahrungsmittelindustrie, Champignons. So dicht an der Prominenz war er noch nie. Und er darf die Chlorfrau sein. Dafür die undichten Zentnersäcke mit Kalk am Monsalpeter, der in die Mist gemischt wird und schon beim Tragen in seine Stiefel rieselt. Denn seine Füße haben einen zu hohen Spann. Darum muss er Stiefel tragen, die drei Nummern zu groß sind. Sonst würde er sie gar nicht ankriegen. Sie klaffen an ihm Wahn wie Trichter auseinander. Und zum Feierabend, wenn er die Stiefel wieder auszieht, ist es wie Nikolaus für Ratten. Braune Pferdescheiße, vermischt mit weißem Dünger, zerquetschte Fliegen und Wespen, der Matsch von Engerlingen, der an seinen Socken klitschte. Sogar Heuschrecken, die sich im Sprung verirrt hatten. Wenn dann der Mist gegart ist, dank dreimalen Umsetzens mit der Forke, er die gewünschte Temperatur erreicht hat, schlägt die Stunde des Meisters. Im grünen Trabi mit knallendem Auspuff und gezogenem Schock. In einer Wolke von Abgasen schafft er es gerade noch vom Misthaufen zu stoppen. Sein Auto ein Bündel rissiger Presspappe. Auf der eingedrückten Fahrradtür klebt Paketband. Er greift in den Mist, hält ihn sich unter die Nase, zerbröselt ihn zwischen den Fingern. Er prüft die Konsistenz. Wehe, er findet Klumpen. Zeichen dafür, dass man die Forken zuvor genommen hat, um die Sache schnell hinter sich zu bringen. Er ist jähzornig. Einmal wollte er in eine Kümmelstange beißen, besann sich aber und schmiss sie einem Kollegen an den Kopf. Denn verklumpter Mist bedeutet volkswirtschaftliche Einbuße. Das Mycel der Pilze lässt sich darin nicht einbringen. Die Pilze würden auch gar nicht wachsen. Und wenn, sie hätten nicht die Kraft, sich da durchzuboxen. Wenn ja meist aber halbwegs zufrieden ist, richtig zufrieden ist er nie, kommt das unausweichliche Ritual. Das Zücken eines kleinen Päckchens mit Pfeifentabak. Grobschnitt. Dunkler Prestige. Jeder muss sich ein paar Krümel nehmen. Ein bisschen Tabak auf den Handflächen betrachten. Seht ihr? Nur größer. Den Tabak etwas feuchter. Das ist die ideale Struktur für die Champignons. Nachdem er den Tabak wieder eingesammelt hat, fuhr er mit Karacho vom Hof, so wie er gekommen ist. Dann kamen die LKWs mit großen Metallhängern, die sich vor dem Misthaufen abstellten. Auf die wurde der Mist geschüppt und in die großen feuchten Keller der ehemaligen Malzbrauerei gefahren. Zum Glück hatten die Hänger Hydraulik, sodass man sie nicht selbst entladen musste. Dann schlug die Stunde des Asbestziments. Das tagelange Brechen der Asbestplatten, um sie für die Schnellagen passend zu machen, in die der Mist geschüppt wird. Und der ätzende Geruch des Formalin, mit dem der Asbest desinfiziert und abgewaschen wird. Und mittendrin die Sonntagsworte seines Kollegen, der kurz vor der Rente steht. Er sagt, lass mal Junge, bei Rommel, da haben wir Panzergrämen ausgehoben. Dagegen ist das hier bezahlter Urlaub. So weit weg von seinem Rommel ist das alles nicht. Der Kriechstrom, wenn man mit der Hand die nassen Kellerwände berührte und Teile runder Ziegel, die sich ab und an vom morschen Deckengewölbe lösen. Dazu die Höllenmaschine. Ein Tank mit 200 Litern Diesel, mit einem Gebläse auf vier schadigen Eisenrädern, den man durch die einzelnen Keller karren muss, um die Pilze durch die feuchte Hitze in Keimstimmung zu bringen. Vorne aus dem Tank kragt ein Ofenrohr, darunter eine Düse und ein kleines Rädchen, mit dem man die Dieselzufuhr regelt. Es wird eine brennende Lunte an die Düse gehalten und mit dem Krach von tausend Bunsenbrennern wird die heiße Luft durch das Rohr in den Keller geblasen. Heute wäre das Spicken des Myzels in dem Mist an der Reihe. Und da schleppen unzähliger Kisten mit Kies, mit dem der Mist beschichtet wird, damit die Pilze, wenn sie wachsen, festen Halt finden. Dann wird der Kies mit Öl im Papier eingedeckt, das mit Insektengift behandelt wurde. Und wenn alles in Sack und Tüten ist, schlägt wieder die Stunde der Höhenmaschine. Einmal soll es vorgekommen sein, dass jemand das Rad für die Dieselzufuhr bis zum Anschlag auftrete. Der Tank leuchtete wie die Sonne bei Capri. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wann er zur Bombe wird. Wen es trifft, den trifft, soll sein Kollege gesagt haben, der schon bei Rommel war. Er zog sich einen Watteanzug an, stellte sich unter die Dusche und droppte sich an den glühenden Tank, um die Dieselzufuhr abzustellen. Gestern beim Frühstück hatte er leuchtende Augen. Erzählte von der Armschau. Franz, wenn du ein Fernseher hättest, ha, gestern, die Armschau, ich sah dir, drüben Britz, eine Champion-Sucht, ha, die haben eine Technik. Alles mit Maschinen, wie Roboter. Das Personal, ha, du denkst, es sind Ärzte. Ganz in Weiß, mit Taube. Da brauchst du nur noch am Fließband zu stehen, um die Champion zu sortieren. Durchhalten, Junge. Er bockste Franz auf den Armen. Irgendwann haben wir das im Osten auch. Ha, dann laufen wir nur noch im weißen Kittel rum. Schon 10.30 Uhr. Franz lag immer noch auf dem Rücken und schlarte zur Zimmerdecke. Wenn die Fliege auf der Stuckrosette landet, steht er auf und geht zum Arzt. Wenn er keinen Arzt mehr findet, der ihn krank schreibt, dann ist das sein elfter Fehltag in diesem Jahr. Ein Verweis hat er schon. Man drohte ihm mit weiteren Unannehmlichkeiten. Womöglich zweierige Arbeitsplatzbindung. Dabei ist die Suche nach einem Arzt, der ihn krank schreibt, viel mühsamer als die Arbeit. Das sollte auch mal gewürdigt werden. Sein Lieblingsarzt, dessen Tochter in die Westen abgehauen ist, der musste seine Praxis schließen, weil er die Leute zu oft krankgeschrieben hat. Der andere Arzt wurde verdonnert, nur noch arbeitswillige Rentner zu behandeln. Ein Arzt ist verrückt geworden, war oben Nietzsche, unten Schopenhauer. Franz geht von den Zähnen bis zu den Ohren alles nochmal durch. Die meisten Menschen achten nicht auf die Zeichen in ihrem Körper. Sie denken nur an Arbeit, weil sie sich irgendwann die Sonnenseite leisten wollen, die sie antreibt wie eine Peitsche. Plötzlich wurde er auf die Bühne gerufen, ins grelle Licht der Scheinwerfer. Eine international anerkannte Korrifäe. Ein Professor Ersten Ranges befahl ihm, den linken Ärmel hochzukrempeln. Er griff seinen Unterarm, hielt ihn mit beiden Händen wie ein Angler, der allen zeigen will, was für einen tollen Hecht er gefangen hat. Ein parapsychologisch hoch anzusetzendes Phänomen krächste er in den überfüllten Saal. Der Vater dieses jungen Mannes war ein berühmter Konzertpianist, musste wegen einer Sehenscheinentzündung seine Karriere beenden. Und sein Sohn, dieses arme Schwein, das Sie hier sehen, ist mit einer Sehenscheinentzündung zur Welt gekommen. Und trotzdem zwingt man ihn zur Arbeit. Was ist das nur für ein Land, in dem er lebt, in dem das Recht auf Arbeit zur Pflicht verkommen ist, in dem der 1. Mai als Kampftag um Lohn und Brot zum Hohn wird. Das ist der Schreck, schallt es aus dem Saal. Was gibt es doch für Leid? Und damit zwingen sie ihn zur Arbeit. Frauen rennen auf die Bühne, knien sich vor seine Füße, eine schöner als die andere. Sie flehen ihn an, in Stockholm zu bleiben, nicht wieder in die DDR zurückzukehren. Andere Frauen umbringen ihn, küssen seinen Unterarm, streichen in den Kopf, die Stirn, halten ihm die Hände, bitten ihn, von seiner Sehenscheinentzündung zu berichten. Abseits von allem steht eine Frau mit einer Schönheit, wie er sie noch nie gesehen, die Bestimmtheit im Blick, nur für ihn außer Koren zu sein und er für sie. Die Frauen ahnen was, lassen von ihm ab, verschwinden die Zentren im Dunkeln. Mit jedem Schritt, den die Frau auf ihn zukommt, verändert sich ihr Gesicht. Sie hebt segnend ihre Hände, wie der Heiland vor der Gethsemanekirche. Da sieht er, dass es seine Mutter ist. Er riss die Augen auf und glotzte auf den Ofen, dann auf die Uhr, die in der Röhre stand. Schon 14.30 Uhr musste diese blöde Schnöpfe dazwischen funken, ihm das bisschen Glück versauen. Er quälte sich aus dem Bett, schnappte sich den Besen, schob die Henkel vom Einkaufsnetz, und dass er leere Flaschen packte durch den Stiel. Er hob ihn an, als seien die Flaschen eine vorgemisst, und setzte sie einen halben Meter weiter ab, quer durch das Zimmer. Kein Zweifel, bei einem Rechtshänder ist bei dieser Tätigkeit der linke Arm überfordert. Sehnenscheinentzündung. Schon 15 Uhr, es ist der Freitag, da wird kein Arzt mehr seine Praxis aufhaben. Egal, am Montag wird er kündigen. Seine zweite Kündigung binnen vier Monaten. Das heißt, seine erste. Vom Frühjahr, da haben sie ihn rausgeschmissen, schon nach zwei Wochen. Auf dem Bahnsteig in Schöneweide, da hat er Fernzüge beladen, mit Spiegetosen. Und wie das so ist, wenn man nur Kissen mit Schnaps trägt, ihn ständig vor der Nase hat, will man endlich kosten, was man da eigentlich transportiert. Ein Praktikum, sozusagen. Er habe noch keinen Vegetarier kennengelernt, der sich im Fleischkominat beworben hätte. Das hat er der leitenden Person gesagt, einem abgehärmten Hutze-Männchen in reißbaren Uniform, das ihm mit schnarrender Stimme bedeutete, dass er entlassen sei. Und damit passt er. Franz fädelte das Netz vom Besenstiel. Zehn leere Bierflaschen macht drei Mark Flaschenpfannen. Noch zwanzig, wenn nicht drauf, macht zwei Schachteln Salimgelb. Bleiben ihm noch dreißig Mark. Bis um Sonntag wird er durchsaufen und durchrauchen. Um Punkt null Uhr am Montag schlägt er ein neues Lebensseft auf. Keine Eselsohren, keine Tittenkleckse, ohne Rauchen und Alkohol. Täglich Liegestütze und Kniebeugen, außer am Sonntag und alle 14 Tage Sonnabends, an denen er nicht arbeiten muss. Und alle Feiertage. An Feiertagen fünf Zigaretten, auch den Überhang, wenn er sich an einem Feiertag die Zigaretten verkneift, dann darf er am nächsten das Doppelte rauchen. Und die Sonnenabende, an denen er alle 14 Tage Arbeitsfreiheit, an denen raucht er drei Zigaretten und nicht fünf. Drüben dagegen hätte er es gut, weil die im Westen den Sonnabend frei haben. Könnt ihr monatlich sechs Zigaretten mehr rauchen. Aber die durchgängige Fünf-Tage-Woche wird im Osten auch bald kommen. Der Kapitalismus hat die Fünf-Tage-Woche nicht eingeführt, weil er menschenfreundlich ist, sondern weil er die DDR vor der Nase hat. Auf die Unzufriedenheit seiner Bevölkerung spekuliert. Durch den Vergleich. Das hat er mal gehört. Vielleicht ist da sogar was dran. Denn eine Kollegin von ihm, die hat sich extra in die knallrote Hollywood-Schaukel geborgen, gab vor, dass ihr Freund sie gebaut habe, nur um die Frau ihres Gartennachbarn, die sie nicht leiden konnte, neidisch zu machen. Es hat ja dann auch geklappt. Er war eine Niete, zunächst brauchbar, eine praktische Null. Im nächsten Sommer saß er allein im Garten, auf seinem klappren Liegestuhl. Und seitdem lebt die Kollegin mit ihm zusammen. Hat somit zwei Gärten. Und schon hat er die Arbeit im Kopf, setzt sich die Pferdescheiße in das Hirn. Kaum denkt er an seine Kollegin und die Wohnung stinkt nach Mist. Die Weinkorken liegen rum wie verrottete Pilze. Dabei hat er ab Montag ganz andere Probleme. Gar nicht mehr trinken oder pro Zigarette einen Schnaps. Er wird den arbeitsfreien Sonnabend und den Sonntag aufteilen. Dann raucht er jeden Tag eine Zigarette und am Sonntag zwei, macht eine halbe Flasche Schnaps pro Woche. Er kann die Flasche auch gleich am Montag trinken. Hat er den Rest der Woche alkoholfrei. Und die täglichen 50 Liegestütze und Kniebeulen, die kann er auf seiner neuen Arbeit absolvieren. Spart er Zeit. Erstmal wird er seine Sachen auswaschen. Er kennt eine Frau, die hat eine Waschmaschine. Die freute sich, wenn er kam, schon auf die Flasche Schnaps, die er mitbrachte. Nachdem sie leer war, zündete sie sie eine Kerze an und legte eine Platte auf mit schon Beiß. Sie wurde schwermütig, redete mit gelähmter Zunge über den Sinn des Lebens. Er aber, er wurde unternehmungslustig, wollte in die Kneipe, Sinn des Lebens. So ein Quatsch. Wir haben uns als Sperm hier durchgemogelt, auf Kosten anreinend Futtertruck ergaunert. Das ist alles. Wenn man besoffen ist, kriegt man vom Leben auch nichts mit, geschweilt denn vom Sinn. Das ist ja auch die höhere Mission des Alkohols, dass man von sich gar nichts mehr weiß. Und dann wird man wiedergeboren. Neulich Nacht auf dem Gelände der Charité, da wurde er auch wiedergeboren. Nur, dass die Hebammen zwei Grenzsoldaten waren. Das Licht der Welt, das er erblickte, kam von einer Taschenlampe. Die zwei Grenzer blieben auf ihrem Motorrad sitzen. Sie guckten schweingend auf ihn runter, als sei er ein seltenes Insekt, das da auf dem Sandienboden krepelt. Er wollte witzig sein. Wo geht's denn hier zum Schwesternheim? Da lang bestimmt nicht, sagte der mit der Taschenlampe. Er leuchtete zum Stacheldraht. Die Beine knatterten wieder ab. Da hat er noch mal Schweine gehabt, sagte der auf dem Sozius. Eigentlich haben sie ihn bestohlen. Er gibt sein Geld aus, um besoffen zu sein und die rütteln ihn wach, weil sie neidisch sind, es nicht vertragen können, dass es Menschen gibt, die sich von sich beurlauben. Franz sitzt immer noch in der Küche, zu seinen Füßen das Netz leerer Bierflaschen. Er trinkt vom Himbeergeist, den er unterm Herd gefunden hat. Komisch, immer wenn er eine Flasche Schnaps aufmacht, möchte er es schnell hinter sich bringen. rein Tisch machen und danach nie wieder saufen. Er hätte die drei Flaschen Himbeergeist gar nicht entdeckt, wenn er nicht unterm Herd nach leeren Bierflaschen gesucht hätte. Aber so geht es. Man denkt an Asche und findet Gold. Das kommt daher, dass er Ordnung schaffen wollte, Struktur in den Haushalt bringen, sich bestimmte Gesichtspunkte erarbeiten, unter denen die Dinge sortiert wären. Und dann hat er die Gesichtspunkte wieder vergessen und sucht und sucht und wird dabei verrückt. Es fiel ihm ein, dass er die Flaschen irgendwann unter den Herd geschlägt hat, weil der Himbeergeist beim ersten Schluck auch wie Feuer brennt. Es heißt ja nicht umsonst Feuerwasser. Und schon nach ein paar Schlucken erfasst man die Welt als Großes und Ganzes, denkt in Zusammenhängen, durchblickt das Weltgefüge, bis es plötzlich dunkel ist und wenn der schwarze Schlauch einen wieder auswirkt, zappelt und windet man sich wie ein gestrandeter Hering. Es folgen die gläserne Tage als Muschel ohne Schale und dann kriegt man mit, dass das Leben nur ein Schnörkel aus Pappe ist und die Erde nur aus langweiligem Wohnpersonal besteht. Dabei fühlt er sich selber langweilig. Das kotzt ihn am meisten an, dass er sein eigenes Energieloch ist, mit sich selbst nichts anzufangen weiß. Andere gehen wenigstens auf den Rummel, aber dreimal Achterbahn macht eine Flasche Schnaps. So dicke hat er es auch nicht und ins Theater geht er auch nicht gern, weil man da nicht rauchen kann und im Kino schläft er immer ein. Er hatte mal eine Freundin, die wollte ihn geistig aufmutzen. Sie brachte ihm Bücher mit, die er unbedingt lesen sollte, damit sie sich nicht mit ihm blamiert, wenn sie ihn ihren Bekannten vorstellt. Am Geburtstag haben sie sich über Christa Wolf unterhalten, genau über die Bücher, die er lesen sollte, aber nicht gelesen hat. Er wisse ihre literarische Leistung zu würdien, sagte er, als er gefragt wurde, aber das sei ein weites Feld. Oh, ein weites Feld warf der Hausherr ein, wir haben einen Fontanekenner unter uns. In ihrer Prosa half ihm seine Freundin aus der Patsche, in ihrer Prosa spürt man auch die lyrische Komponente. Genau diese speziell, Christa Wolfsche, stapelte er hoch, das habe ihn auch stark beeindruckt. Schwätzer, sagte der Hausherr und spuckte einen Tabakkrümel auf die Bastmatte. Später, auf dem Nachhauseweg, hat sich seine Freundin von ihm verabschiedet, freundlich wie von einem Fremden, der ihr gerade die Uhrzeit gesagt hat. Und das Erschreckende ist, dass er beeindruckt gewesen wäre, wenn das ein anderer gesagt hätte, was er da vom Stapel gelassen hat. Aber so ist das, man sollte nur im Rahmen leben, der einem von der Natur gesteckt ist. Für mich ist die Luft ein Loch und für die Luft bin ich ein Loch. Und wenn man für die Luft noch lange ein Loch bleiben will, muss man danach leben, in Dankbarkeit an seine kleinen Rakaschen. Man sollte einen Tag der Leber entführen, einen Tag des Magens und der Blase. Danke, liebe Lunge, danke, liebe Nieren, ihr müsst doch alle schon vertehrt und besoffen sein und trotzdem tut ihr eure Arbeit. Und vielen Dank an mein Gehirn, dass es mir möglich an euch zu denken, denn das tun nicht alle Menschen. Für die seid ihr nur Leibeigene, die sie frei Haus bekommen haben. Elektrisches Licht, an das sie nur denken, wenn die Birne flackert. Ein Prösterchen auf euch. Ab Montag, meine Kleinen. Alkohol, naja, ihr wisst schon, bis dahin müsst ihr durchhalten. Ich werde noch ein bisschen auf euer Wohl trinken. In zwei Wochen werden wir eine neue Arbeit finden und eine, die uns passt. Das wäre doch gelacht. Da kann sich die Abteilung Inriss ihre Tinte sparen, von wegen asozial. In Richtung Kultur werden wir gehen, als Nachtpferdner im Theater oder Kartenabreißer. Dann können wir bis in die Puppen schlafen und wenn alle Stränge reißen, schreibe ich ein Roman, ein Roman über euch, denn ihr seid das wahre sozialistische Aktiv. Arbeiter, die weder nach Medaillen noch nach Prämien schielen. Bei euch weiß die Blase, was die Niere tut, der Darm vom Magen. Ihr tragt euch gegenseitig die Arbeit zu. Einer für alle, alle für einen. Und die Regierung, die sich das Hirn nennt, will euch weismachen, ohne sie seid ihr nichts. Euerseits ein Streik und im Hohen Haus tummeln sich die Würmer. Denkt dran, ihr könnt noch transplantiert werden. Dann habt ihr zwar auch wieder eine Regierung, aber hoffentlich eine, die weiß, was sie an euch hat. So, meine Kleinen, der Schnaps hat euch müde gemacht. Wir werden uns gemeinsam aufs Bettchen werfen, so wie wir sind. Mit Hose, Hemd und Schuhen. Wir legen uns hin, als wenn wir gleich wieder aufstehen müssten, uns nicht erwischen lassen dürfen, weil wir auf der Arbeit sind. Dann schläft es sich am besten. Denn ein Schlafanzug ziehen sich nur Menschen an, die einen Plan haben, nämlich den zu schlafen. Und gerade darum bleiben sie wach, zerquälen sich die Nacht und ärgern sich die Platze. Wie jemand, der mit einem Kondom durch die Gegend hechelt, aber ohne Frau. Ab Montag, wenn ihr nicht mehr trinkt, wird er sich eine anlachen. Ein kleines, feines Schnuckelchen. Es muss nicht klüger sein, als er ist, darf ihn aber auch nicht langweilen. Und wenn er seine Ruhe haben will, muss sie auch ihre Ruhe haben wollen. Es muss ein synchrones Bedürfnis sein. Nur die Abstände dürfen nicht so groß werden, in denen man sich nicht sieht. Er dachte, er hätte nie, er hätte eine feste Freundin, endlich eine, die nicht rumzieht, wenn man mal eine Weile nicht bei ihr ist. Als er sich darauf freute, sie zu sehen, es muss im Pooling gewesen sein, machte ein Mann ihre Tür auf. Sie stand hinter ihm, kramte in der Flurkommode und reichte ihm eine Pullover raus. Hier, sagte sie, dein Weihnachtsgeschenk. Dabei wollte er zu Weihnachten nur kurz in die Nordring, die einzige Kneipe, die er am Heiligabend bis Mitternacht auf hat, nur für ein paar Schnäpse, sich in Stimmung trinken. Dann trinkt man und trinkt und hat vergessen, dass Weihnachten ist und man eine Freundin hat, die auf ihn wartet, mit Lühwein und einer Nelke drin und mit nach oben einem Zeigefinger, falls er davon zu viel trinken sollte. Obwohl ihm Glühwein nicht schmeckt. Im letzten Sommer, da hat sie sich beschwert, weil der Rumtopf, den sie jährlich ansetzte, immer nur bis zu dem Erdbeeren reiche. Selbst die Früchte haben wir aufgegessen und überhaupt, wie gerne wäre sie mit einem Mann zusammen, mit dem sie gepflegt ausgehen könne, in einem Restaurant sitzen, mit einem Glas Wein anstoßen, bei Kerzenschein sich unterhalten und nicht nach drei Sätzen hinterm Kellnern daher stolpern, um sich zwei Schnäpse zu bestellen, die er dann in die Weine küppt, nur um schneller besoffen zu sein und die Flaschen mit Wustasauce aussäuft, sich beim Personal beschwert, dass sie den schönen Alkohol mit so einer widerwärtigen Tunke vergelt hätten, nur um ihm eins auszuwischen. Und sie, sie hätte blöde dagestanden, als sie ihn des Lokals verwiesen, er beim Raustrennen einem Gast noch den letzten Wein weggesoffen habe. Das habe er noch nie begriffen, sagte er ihr, dass es Menschen gäbe, die Alkohol trinken, ohne besoffen sein zu wollen. Sie sich an einem Schoppen weinende Stunde festhielten. Er könne eben nicht genießen, sagte sie, das merkte sie auch im Bett. Er sei ein ganz gewöhnlicher Rammler, nichts weiter. Da könnte sie aus ihrer Sicht recht haben, nur dass sie kein Mann ist und kein Besoffener dazu. Sie kann sich gar nicht reinversetzen in das Abstrampeln, um sie glücklich zu machen. Der Frau zeigend, dass man noch im Suff ein toller Hecht ist. Wenn auch das Herz bis zur Schädeldecke dröhnt, die Haut, die Haare klatschnass, als sei man gerade aus dem Wasser gestiegen. Das Röcheln nach 50 gerauchten Zigaretten. Zwischendurch die leisen Zweifel, warum man überhaupt eine Freundin hat. Irgendwann das Klopfen ihres Fingerknöchels an seinen Brustbeinen. Dazu ein schrilles Pfeifen auf zwei Fingern. Ein Zeichen, dass er auf ihr einschlafen ist, er sich endlich zur Seite drehen soll. Eigentlich braucht er keine Frau. Ihm reicht sein Stethoskop. An Wochenenden beide Stöpsel in die Ohren und den Trichter an die Rabelswand, die ihn von der Nachbarwohnung trennen. Dann hat er auch Leben in der Bude. Das Kreischen einer Frau und die beschwichtigende Stimme seines Nachbarn, der ihn die grüßt, mit dem er aber das Außenklo teilt. Dann hat er noch seinen Nachbarn zur Linken. Den kann er nur hören, wenn er in der Küche ist. Weil die Löcher, durch die die Rohre in die Nachbarwohnung verlegt wurden, nicht verschlossen sind. Er hört sogar, wie er ins Küchenbecken pinkelt. Und wenn er dazu pfeift, weiß er, dass er eine Frau in der Wohnung ist, die es nicht merken soll. Er wird jetzt auch pinkeln, aber ohne zu pfeifen. Warum sollte er mit einer Frau angeben, die er gar nicht hat? Auf dem Weg zur Küche hört er im Treppenhaus Stimmen und das Zuschlagen der Klotür. Also hat sein Nachbar der rechten Seite auch Besuch. Zwei Unterhaltungsprogramme. Was will er mehr? Sein Küchenachbar ist schon mitten in der Sendung. Ha, Exardia, so ein Hoschi, wie ein Heber am Koffer, nur dreimal größer. Die stand direkt neben der Theke. Die muss einer vergessen haben. Ich denke, Mensch, mit der kannst du schnell noch ein paar Kohlen klauen für den Winter, die in den Keller bringen und dann stellst du die Tasche brav wieder da und wo du sie gefunden hast. Fällt ja nicht auf. Ich gehe alles über den Zaun vom Kohlenhof. Jedenfalls wollte ich gerade rüber, kommt es mir Bullen. Ausgerechnet. Und ich sitze oben auf der Stakete mit der Scheißtasche. Dann musste ich wieder runter und die aufmachen und weißt, was drin war? Ich dachte, ich spinne. Damschlüpfer aus Seide und Pornozeitung. Da habe ich gleich zuheben, dass ich die Tasche auch geklaut habe. Pornozeitung, ich werde nicht mehr. Wo hat der denn die her? Vielleicht war das ein Künstler, kam gerade von Tournee aus dem Westen. Mensch, eine Pornozeitung. Ha! Ehen mal rin, kicken und schwärmen. Mensch, Täter, kiek dir das Fernsehballett an, die bewegen sich wenigstens dabei. Das ist doch vollkommen unreal, meine. Welche Revue gehör läuft denn in schwarz-weiß rum? Ein Foto ist auch nicht realistisch, ja nur, weil das nicht bunt ist. Da kannst du aber von der Rückseite mit dem Finger hier hin schnipsen, dann denkst du, die bewegt sich. Schaff dir endlich eine Frau an, Täter, oder willst du Sohle in der Grube? Kiek mir doch an, Mann, mit meinem Buckel. Ich denke, unser Staat ist sozial. Warum gibt es denn im Osten keine Puffs? Wie ist es für unser Ehen? Ich sitze jeden Heiligabend alleine zu Hause. Ich kaufe mir auch keinen Pfefferkuchen mehr, weil ich nicht will, dass Weihnachten ist. Ich quatsche ja schon mit meiner eigenen Oriane. Ach, mein Herz, sag ich, als wenn es eine Frau wäre. Mensch, Täter, jetzt wirst du aber melancholisch. Komm, darf, nehmen wir noch ihn. Wir trinken ihn auf die Frau, die ich mal mit dir gesehen habe. Mann, oh Mann, das war ein Feier. Ach, die, die hat mich mal bei sich zum Mittagessen eingeladen. Danach saß man noch ein bisschen auf der Couch, dann hat sie meine Glatze gestreichelt und mich dabei angekriegt, wie die Mutter Jottes. Nee, nee, auf so ein Mitleid versichtigt. Mensch, Täter, da musst du nachhaken. Hab ich ja, hab ich ja. Wie sie sich die Zukunft zwischen uns beiden vorstellen könnte, hab ich gefragt. Ich hab extra Hochdeutsch gesprochen. Dann hält sie mir die Wohnungstür auf, aber sperrangelweit und sagt, so nicht. Und auf der Straße grüßt sie mir auch nicht mehr. Mann, Täter, mir ist vorige Woche auch meine Frau weggelaufen, was soll ich denn sagen? Was heißt auch, Mann, was heißt denn das? Du quatschst wie ein Westler. Wenn der mal jeden Tag im Osten ist, mit dir hat der uns auch, dass man nicht jeden Tag Bananen fressen muss. Ist ja gut, so hab ich's dann gemeint. Ich hau ab, mit meinen Führern pass ich unter jeden Autositz. In West Berlin, da bin ich wesentlich so allein. Da haben die Kneipen ganze Nacht auf und tagsüber penne ich. Mensch, Alter, hör auf zu heulen. Diese Weihnachten, dann lass uns mal die Korken knallen. Denn, das verspreche ich dir. Da eben war zu Schranken, Paule. Erst mit Bocki und Salat und dann mit Loni. Die macht das uns für einen Pfund und zwei Puntali. Franz läuft die Spucke zusammen. Bockwurst mit Salat. Mit einem Mal hat er auch Appetit auf Kaffeelikör. Eigentlich muss er nach Bockwurst immer kotzen, aber seit gestern hat er nichts gegessen. Und am Fensterbrett steht noch eine halbe Tüte Haferflocken. Aber da kommt er nicht dran. Er müsste erst die kaputten Matratzen wegräumen, die er immer wegschmeißen wollte. Und sie zerbrochenen Stühle und den Tisch, den er mal zusammenbauen wollte. Endlich sein Zimmer einrichten, in dem er schon als zweite her wohnt. Außerdem stößt er sich ständig nach Schienenbeinen an den Pedalen. Er muss endlich sein Fahrrad in den Keller bringen. Es liegt in der Küche wie ein toter Klepper. Im Winter, da wurde er vor seinem Bett wach und wunderte sich, warum er nicht drin liegt. Er wollte sich am Bettrahmen hochhangeln und stieß sich fast ein Auge aus am Bremsgestänge. Nachdem er sich den Kopf zermaterte, wie das Fahrrad ins Bett kam, fiel ihm ein, dass er am Vortag in Bernau war, konnte sich aber nicht mehr erinnern, wie er nach Hause gekommen ist. Es muss ihm aber ein Gefühl von Dankbarkeit überkommen sein, seinem Pferdchen gegenüber, das ihn ohne Zwischenfälle in den Stall brachte. Ab Montag wird er sich um seinen Haushalt kümmern. Er wird sich Gardinen kaufen, Fenster putzen und endlich ein Linolium für die Küche und eine Schere, um ihn auszuschneiden. Es gibt er immer Ecken und Kanten. Natürlich haben es dann die Kakerlaken schwerer, aus den vermolerten Dielen zu flitzen, auch wenn sie es schafften. Sie sind ja sehr zurückhaltend. Man knipst das Licht an und schon sind sie weg, im Untergrund erprobt. Die Museen schmücken sich mit dem Mist und sei es eine alte Scherbe, doch bei ja Millionen alten Völkern, die noch unter uns leben, wird der Kammer hier gerufen. Aber damit kann er sich nicht auch noch abgeben. Es reicht ihm erstmal sein Bierglas zu finden. Er wird ein Experiment veranstalten, den Rest vom Himbeergeist mit Wermut weinen. Sonst hat er in Wermut immer mit Dreischen gemischt, im Verhältnis 1 zu 1. Schon nach einem Glas fühlt man sich gebremst, hat keine Angst mehr da draußen in der Welt was zu versäumen. Wie wird es erst nach Wermut mit Himbeergeist? Die alkoholische Panzerfaust als Weg zur Askese. Der Wermut schmeckt mit dem hohen Promillegeist war nicht so gut wie mit Dreischen, macht seine Wohnung aber schneller zum Altersheim. Ihn kotzt schon ihr Weg zum Bett an und als er endlich drauf gelandet ist, hört er aus der Nachbarwohnung Füße trampeln, juchzen, dann ein Sprechchor. Pack es, wag es, steh deinen Mann, seit an seit mit den Genossen voran, sieben, acht, neun, zehn, klasse. Dann Gitarrengeklimper. Er angelte sich die Schnur vom Stethoskop, das auf den Boden gefallen ist. Beide stöpselten in die Ohren und den Trichter an die Wand. Bravo und jetzt du Tollier. Hört auf rumzublödeln, lasst uns noch mal das Lied vom Mondwein singen. Ein A, Alex, ein A, wenn der Mondwein scheint und der Rotschein weint. Stopp, Elonka, Elonka, ihr dürft das nicht so romantisch singen. Wenn ihr Mond singt, weg mit dem Schmelz. Sein Schein ist rot, der Wein ist Blut, die Blut drin ist das Bauernkrieg. Ja, Victor, aber ist es nicht wirkungsvoller, wenn man den Mond andichtet und dann gefällt wird von einer Fürstenkugel? Das ist Schleim, Elonka, kleinbürgerliche Schmiere. Ihr singt die Quarte wie beim Biber Butzemann. Stellt euch vor, ihr wolltet im Schlusssprung auf eine Parkbank springen. Denkt an die Feuerwehr, an Thomas Münzer, denkt an Lenin. Tonja, was sagst du? Ach, Victor, ich hab nicht mehr Kraft für Quarten. Heute ist dein Geburtsstoff. Wir werden das besonders drauf haben, Victor. Bis zu unserer Einstufung sind es noch acht Tage. Na gut, Elonka, ihr wisst jetzt, worum es geht. Was sagst du, Ramona? Ich find das gut. Nur zu wenig Optimismus. Aber Ramona, in der Wiederholung, da heißt es doch, Fürstentod, das Morgenrot. Das ist klar, aber irgendwie klingt alles nach Blut. Es ist auch Bauernkrieg, Ramona. Denk an die Blutrinne. Das hab ich ja gemeint. Zu viel Friedhof. Bezieht sich deine Kritik auch aufs Musikalische oder nur auf den Text. Ich weiß nicht. Weiß nicht, weiß nicht. Aber kritisieren, ja? Ich hätte ja nicht gesagt, wenn du mich nicht gefragt hättest. Gefallen dir überhaupt unsere lila Ramona? Ich meine generell. Oder hörst du lieber Didel dumm und Didel dai? Warum nicht, wenn es mir gefällt? Aha, dachte ich mir. Lass sie, Elonka. Nein, toll, ja lass sie nicht. Dann pass besser auf, wenn du aus der Kneipe abschleppst. Er hörte noch die Wohnungstür knallen und dass ich entferne tack, tack, tack von Schuhabsätzen im Treppenhaus. Dann waren er auch nebenan Ruhe. Irgendwann gab es Tütensuppe. Sie war gelb-grün mit Schleimherrkonsistenz. Nachdem er einen Esslöffel davon gegessen hat, guckte er auf das Haltbarkeitsdatum. Zu verbrauchen bis 1915. Wer weiß, ob er noch leben würde, wenn er nicht schnell wach geworden wäre. Durch ein Würgen in seinem Hals. Immer diese Horrorträume. Anne träumen von der schönen Natur und er träumt nur vom Wald, wenn einer am Ast baumelt. In der Küche hörte er beim Pinkeln, dass dein Nachbar schon wieder Besuch hat. Sie redeten über die Nachbarn, also meinten sie ihn. Er machte sich eine Zigarette an, die er noch gefunden hat und setzte sich an den Tisch mit dem Ohr zur Wand. Alles schön und gut, aber jetzt mal was anderes. Du hast mal gesagt, der Nachbar, der soll bei den Champignons arbeiten. Kannst du den nicht mal was fragen? Mein Neff ist eine faule Sau. Irgendwann geht dir ein Knast. Dieter, sage ich ihm, sei nicht blöd. So eine Arbeit findest du nicht wieder. Oder hast du irgendwo schon mal Champies gesehen? Fressen doch nur die Bonzen und der Rest geht in den Westen. Und wir, Dieter, habe ich ihm gesagt, wir wollen doch auch mal ihn drauf machen. Champies und Champos. Wat, meine? Na ja, Harry, ich glaube, so eine Arbeit kriegst du nur über Beziehungen. Da musst du schon hoch angewohnt sein. Und warum fährt der Fahrrad und wohnt in so einer mickrigen Wohnung? Der hat doch auch bloß ein Zimmer mit Außenklo wie du. Ha, Harry, genau das sind sie. Haben dicke Konto, irgendwann Haus am See und tschüss. Mensch, manne, wenn wir es mal so weit bringen würden, Denn aber ab durch die Mitte. Franz gab sich einen Druck. Man muss sich aufraffen. Ein bisschen unter die Leute. Gut, dass sie an den Schuhen nur die Sohlenlöcher haben. Das Oberleder noch perfekt. Nur das Hemd muss über die Hose, weil am Kuhstall die Knöpfe fehlen. Darüber die Lederjacke, weil das Hemd zwei große Löcher hat. Es kotzt ihn an dieser Sommer zwischen allen den kurzen Kosen, kurzen Rücken. Er kraucht zwischen ihnen wie eine Echse von den Osterinseln. Das ekelhafte Schwitzen und die Ewigen fragen, ob es ihm in der dicken Jacke nicht so heiß sei. Erstmal zum Spätverkauf. Leider haben die Geschäfte am Sonnabend ab 13 Uhr geschlossen. Und im ganzen Bezirk gibt es nur einen Spätverkauf. Der hat am Sonnabend von 14 bis 20 Uhr auf. Am Sonntag nur bis 18 Uhr, wenn er nicht aus technischen Gründen geschlossen hat. Auf der Straße war es wie erwartet. Die Dämse hat alles aus der Stadt vertrieben. Es war still wie in seiner Wohnung. Nur wenn er in einer Kneipe vorbeikam, hörte er den Ventilator über die Tür. Kein Wunder, dass die Straßen so leer waren. Vorm Spätverkauf stand eine Schlange. Das könnte Stunden dauern. Auf der Uhr unter der Hochbahn konnte er erkennen, dass es erst 16 Uhr ist. Vielleicht sollte er noch in die Kneipe. Der Hacke Peter hat schon auf, aber da wird er nicht bedient. Er war mal mit einer Mulattin drin. Als der Kellner an den Tisch kam, sagte er, dass er sowas vor 30 Jahren nicht bedient hätte und heute auch nicht. klarer Fall, eine aufrechte nationalsozialistische Persönlichkeit. Auf der anderen Straßenseite der Schusterjunge, eine ehemalige Kommunistenkneipe. Junge, sagte ihm mal ein Besoffener, dessen Oberkiefer nur aus einem Frontzahn bestanden. Das muss drei Jahre vor Hitler gewesen sein. Jedenfalls, wir waren vier oder fünfe, kommen aus dem Schuster, stehend vom Nazi Peter Zwehinde volles A. Denkt man nicht, was wir abgehauen sind, haben wir uns gekloppt. Ha, aber holla, ich sag dir nur eins, wenn wir zwei oder drei mehr gewesen wären und Hitler wäre nicht angemachtig gekommen. Und die Sozis von dem an, die aus dem Kegelheim in ihren Stresemanns, die hätten wir gleich mit verdroschen. Dabei ist das Kegelheim seine Stammkneipe, aber die hat am Wochenende zu. Und auf der anderen Seite, an der stumpfen Ecke, war meine Kneipe dies Eisle und wurde von der USBD gegründet. Die Kneipe hat aber 1968 geschlossen. Schon wieder ein Jahr her, als sich ein Mann im Anzug, Hemd und Schlips an seinen Tisch setzte. Er käme extra aus Rostock, sagte er und fragte, ob man noch von irgendwo in den Westen abhauen könnte, durch irgendwelche Grenzlöcher aus Ost-Berlin. Warum er gerade ihn frage, wollte er wissen. Weil du schon so aussiehst, meinte er verächtlich. Es war ihm, als wäre es vorige Woche gewesen. Wenn man nicht rauskommt aus der Gegend, wie ein Zirkuspferd im Kreis läuft, ist alles wie gestern und das damals wie neulich. Wenn er an seiner ehemaligen Schule vorbeiläuft, sieht er den Direktor vorm Tor, wie er ihn am Arm knuffte, wenn er zu spät kam. Na, hat der Hund wieder nicht gebellt? Man kommt aus dem Welpenstadium nicht raus. Immer wird er wie ein Kind behandelt. Als ihm mal ein Ehepaar aus dem Westen sagte, dass der Osten so halten bleiben sollte, wie er ist, als Kulisse für Kriegsfilme, da sagte er, dass er als kleiner Junge auf der Hutsche stand, da oben. Er zeigte zu Maikon, da sagten die, sag los. Aber er wollte weitererzählen, dass er die russischen Panzer sah. Es war doch der 17. Juni 1953 und den Zeitungskiosk unter der Hochbahn, den hätten die Aufständigen auf die Straße gerollt. Aber die hörten gar nicht mehr zu, liefen schon weiter. Er ist nämlich nur ein lokaler Hecht. Obwohl, zu Pfingsten, vor vier Wochen, da fragte ihn eine Frau, ob er mit ihrem Sohn mit zum Lieblitzsee käme. Ihr Trabi würde zwar des Öfteren mucken, aber wenn er erstmal läuft, schnurre er wie eine Biene. Sie tat ihm ein bisschen leid, weil sie immer allein im Kaffee saß und sich zwei Stunden am schwarzen Tee festhielt. Ihr einziger Gesprächspartner war der Kellner, der ihr sagte, dass das Kaffee keine Wärmestube sei. Sonst wäre es ihr letztes Teestündchen. Außerdem hat sie ein Kind. Da stand man in der Blumenrabatte und hat die Stiefmütterchen zertrampelt. Sie stand am Rand und hielt seine Schultasche. Thorsten rief sie, Blumen sind auch Lebewesen. Als er sich mir aus Neugierde an ihren Tisch setzte, fragte sie, ob er nicht mal das Bedürfnis hätte, aus dem Alltagsmief zu kommen. Jeden Tag, sagte er, darum trinkt ihr auch keinen Tee. Ach, komm, sagte sie und winkte ab. Und dann ist er mehr aus Gutmütigkeit, wird zum Liebnitzsee gefahren. Er musste sich auf den Rücksitz quetschen, weil ihr Sohn ein ewig nörgelnes Etwas unbedingt vorne sitzen wollte. Da ständen die Halten, weil der Motor bockte und das ewig anschiem. Thorsten, könntest du bitte mal aussteigen und deinen Sitz nach vorne klappen? Der Onkel muss unser Auto anschieben, weißt du? Sonst kommen wir heute nicht mehr weiter. Na gut, wenn du eben nicht möchtest. Sie stieg aus und klappte ihren Sitz nach vorn. Er musste sich wieder rausquetschen und das zum 6. Mal. Sag dem hohen Herrn mal, dass er dich nach hinten setzen soll. Wenn ich vorne sitze, bin ich schon nach draußen. Mach dich mal, misch dich mal nicht in meine Erziehung, ja? Du kennst keinen Steiner, Fromm, weiß nicht von Sammerhill und Waldorf. Du hast doch gehört, dass er es nicht möchte. Ein Kind muss selbst seine Grenzen finden, um sie dann für sich abzustecken. Guck dich an. Möchte wetten, nur hast du dir noch nie was aufgebaut. Was meinte die blöde Kuh mit aufbauen? Soll er sich Sofakissen kaufen? Mit Handkanten reinschlagen, bis die N aufstehen wie Hasenohren? Plötzlich eine Vollbremsung und 100 Meter am Rückwärtsgang. Thorsten, du hast meinen Erich Fromm aus dem Fenster geworfen. Du steigst jetzt aus und hebst ihn auf. Thorsten, es ist mein Buch. Es war ein Paket von deiner Tante. Nur die Ringelblütensalbe und das Buch. Der Rest für dich, dein Jeweerball, deine Badehose. Thorsten, hörst du? Du wolltest doch unbedingt zum Liebnetsee deine neue Badehose ausprobieren. Also, wenn du jetzt nicht aussteigst und das Buch aufhebst, dann tu ich es. Dann tut es deine Mutti. Ach, lass mal, ich mach das schon. Schäm dich, Thorsten, jetzt muss es für dich der Onkel tun. Sieg stieg aus, klappte ihren Sitz nach vorne und der Onkel hiefte sich zum letzten Mal aus diesem grausigen Plasteloch, ging auf die andere Chausseeseite und hielt ein Auto an. Franz stand immer noch vorm Schuß der Jungen und konnte sich nicht entscheiden. Soll er rein oder die er doch zu Siege in die nächste Eckkneipe oder gleich zum Spätverkauf? Durch die Putzenscheiben sah er, dass es im Schuß der Jungen fast leer war. Ein Mann saß auf dem Thekenhocker, den er kannte. Der Hochschlapler, den aber nicht grüßte, sondern durch die offene Tür zur Straße guckte. Vielleicht hat er sich wieder mit einer Frau für die Oper verabredet. Er trug einen Händen Anzug mit Temt und Schlips. Ein Fuß auf der Hockerstrebe, das andere Bein ausgestreckt, eine Hand lässig in der Hosentasche, die andere hielt er um den Stiel des Weinglases, das auf der Theke stand. Ein Paarmal sah er ihn im Keglerheim. Sie saßen sogar am selben Tisch, aber er kam sich in dessen Nähe immer primitiv und dämlich vor. Er redete sich um Kopf und Kragen, je länger der andere schwieg. Ob er auch schon mal zwei große Bonbons im Mund hatte, fragte er den Mann, aber zur selben Zeit. Einen in der linken, den anderen in der rechten Backenhälfte. Und wer zuerst aufgelutscht sei, der habe gewonnen. Es stehe schon 5 zu 1 für die Indianer. Immer kommt die rechte Seite der Siedler zu kurz. Andererseits habe er den Bonbons der Verliererseite ein längeres Leben beschert. Die können glatt weg den Kampf nochmal antreten gegen frische Indianer. Wir müssen mal die Regeln ändern, den übrig gebliebenen Bonbons zum Sieger erklären. Da wäre er mal sehr gespannt, ob die Seite der Indianer immer noch gewinnen würde. Ob er ihn verstehe. Ob vielleicht die Ansammlung von Spuckeln einer oder der anderen Mundhälfte eine Frage der Sympathie sei. Linke Backe Walter Ulbricht, rechte Backe Willy Brandt. Könnte man mit solchen Wettkämpfen nicht politische Gegner enttarnen? Finden Sie nicht auch, dass Neutralität, also das gerechte Parteien von Spucke im Mund, anstrengender ist als die Parteinahme? Doch der winkte nur gelangweilt den Kellner an den Tisch, um sein Bier zu bezahlen. Und seitdem hat er versucht, dem Mann aus dem Weg zu gehen. Auf dem Dorf muss es ja noch schlimmer sein. Da trifft man die Leute täglich, die von einem wissen, dass man ein Idiot ist. Er kann das einem Diktator nachvollziehen, wenn er alle Leute den Kopf kürzer machen lässt, die ihn mal als armseliges Würstchen und Dummkopf erlebt haben. Als er kurz darauf unter dem Lindenland lief, sah er den Mann vor der Staatsober stehen. Er wollte schnell die Straßenseite wechseln, aber die hat ihn schon erkannt, winkte ihm mit einem Programmheft und kam auf ihn zu. Im Anzug weißem Hemd und Schlips. An den Füßen Budapester. Der Mann wirkte nervös. Er bat ihn, für ein paar Minuten bei ihm zu bleiben. spendierte sogar eine Zigarette, Margot Duett. Franz fühlte sich geadelt. Dann kann es doch nicht so blöde gewesen sein, was er da alles von sich gegeben hat. Er war wohl der Einzelne, zu dem der Mann Kontakt suchte. Dann gesellte sich eine Frau zu ihm im Urbankleid. Der Mann zeigte auch Franz. Darf ich vorstellen? Dr. Schmitz, mein Assistenzarzt. Ah, machte die Dame, als wollte sie gehen. Schnell wandte er sich von ihm ab und geleitete sie ins Urbankhaus. Im Schuhs der Jungen war es leer. Nur am Nachbartisch saßen zwei ältere Männer, die sich darüber unterhielten, wie man am besten den Stuck von der Decke kriegt. Der eine von ihnen hatte schon seine spärlichen Haare zur Ente gelegt. Ich hab's lieber barock, sagt der andere. Nee, nee, Wolle, ich will von früher nichts mehr wissen. Als wir die Nachricht gekriegt haben, dass mein Vater in Polen gefallen ist, war ich wie ihr Leben. Das war mein 15. Geburtstag. Hab auf den Stuck gekriegt und einen Heimtag zur Decke. Auf den Stuck ich start. Und als ich den Stellungsbefehl nach Russland kriegte, war ich auch wie ihr Leben. Hab wieder auf den Stuck ich start. Ich will endlich mal die Scheiße verjessen. Was die alles durchhaben, dachte Franz, und er mit seiner Championssucht, dann dem Wurzelpeter vor der Nase und dem Bier. Er dachte an seinen Onkel Hans, der Panzerhauptmann bei der Wehrmacht war. Nach dem Krieg wurde er der Vlasov-Armee zugeteilt, als Adjutant bei den Kosaken. Der russische General Vlasov, der auf die deutsche Seite desertiert war, um gegen die Rote Armee zu kämpfen. Nach der Niederlage sich zu den Briten absetzte. Doch als die Amis und die Briten meinten, keinen Krieg mehr gegen die Sowjetunion führen zu können, aus Angst, ihn zu verlieren, haben sie die gesamte Armee Stalin geschenkt. Und er hat alle Vlasov-Soldaten und ihren Frauen als Verräter an die Wand stellen lassen. Nur die deutschen Offiziere haben überlebt. Er wird ab Montag wieder arbeiten gehen. Sein Kollege hat recht, gegen das Aussehen von Panzergrämen ist das Schippen von Pferdemist nur Kinderkram. Er wird seine Arbeit unter militärischen Gesichtspunkten einordnen. Auch in Marzahn, da liest man auf Transparenten von Ernteschlachten an vorlasster Getreidefront. Die vielen Kisten mit Kies, die er transportieren muss, um ihn auf den Mist zu verteilen, sind die Munitionskisten, die verladen werden müssen. Nicht umsonst heißt es ja, dass die Pilze aus dem Boden schießen. Und der Kriegstrom an die Wände, na gut, ist eben nicht alles perfekt an der Front im Unterstand. Auch wenn er knietief im Wasser durch den Keller wartet, weil die Abpumpur Richtung kaputt ist. Alles Mumpitz. Darüber hätte sein Onkel Hans kein Wort verloren. Am Montag meldet er sich wieder bei seiner Einheit. Der Sieg an vorderster Pilzfront muss im Zählenkampf errungen werden. Auch die unzähligen Brigaden im Kampf um das sozialistische Aktiv geben ihr Bestes in Pünktlichkeit und Sauberkeit am Arbeitsplatz. Alles Dinge, die im Westen selbstverständlich sind. Im Osten dagegen gibt es dafür Prämien. Eigentlich ist die DDR sein Land. Nur, dass sie der Westen sein müsste. Bauch! Bauch! Es ist deppner Hitze. Es war Gabi aus seinem Nebenhaus im Tonhemd und Shorts. Sie setzte sich an seinen Tisch mit einem halben Liter Brause. Ist sie dir in den Klamotten nicht so warm? Ich wusste, dass ich heute noch danach gefragt werde. Mensch, alle sind so im Grün. Nur du sitzt hier wie ein ausgestopfter Vogel. Ich bin gerade auf Sinnsuche. Ich muss meiner Arbeit einen neuen Inhalt nehmen. Na komm, Champignonsucht. So eine Arbeit findest du nicht wieder. Da sitzt du doch direkt an der Quelle. Eben, ich will aber nicht mehr privilegiert sein. Irgendwie sind wir doch alle privilegiert, Franz. Ein Freund von mir arbeitet bei den Affen im Tierpark. Der bringt mir manchmal Bananen mit. Dafür schenke ich ihm Westsier retten, die mir meine Tante schickt. Und der gibt es ja dem Klempner, der ihm das Ich habe meiner Tante extra nicht geschrieben, dass ich nicht mehr roche. So ist jeder für den anderen da. Und Champignons würde ich auch mal gerne essen. Dafür putze ich deine Fenster. Nee, nee, lass mal. Dafür brauche ich keine Gardinen. Dir braucht keiner zu helfen. Du säufst nur, weil es dir gut geht. Ha, ihr könnt jederzeit aufhören. Da brauche ich bloß auf dein Zellkuchen. Vier doppelte Wurzelpeter, zwei große Bier. Na und? Ich sauf vor. Ab Montag höre ich damit auf. Ich stelle mir extra im Wecker. Ab Sonntag zum Montag Punkt neun Uhr und nur noch Sport. Na denn, sauf mal vor. Sie winkt den Kellner ran und trankt die Brause aus. Schnell noch zum Spätverkauf. Eine Flasche Seemannslob und ab nach Hause. Ans Ohr ein großes leeres Glas. Natur im Heim. Das Pfeifen des Windes hören. Vielleicht würde er dabei sogar braun werden. Wissenschaftler haben festgestellt, dass man schon Muskeln kriegt, wenn man Liegestütze nur in Gedanken macht. Man könnte sicher auch in Gedanken halbtot arbeiten. Daran hat er noch gar nicht gedacht. Und dann geht er wegen Erschöpfung zum Arzt. Oder in Gedanken saufen mit einem Kotzeimer vom Bett. Aber das wäre Unalie. Erstmal sich einbilden, dass Winter ist, obwohl bei jedem Schritt die Socken in den Schuhen zuppen. Ihm Angeber ein Turnhemd entgegenkommt. Kindern Badehosen und sein hohler Schneidezahn links oben fängt auch an aufzumucken. Aber so ist das nun im Winter, wenn man kalte Luft sieht, obwohl das alles Quatsch ist. Man muss sich in Jahreszeiten stellen. Sommer ist Sommer und Winter ist Winter. Man kann auch nicht im Osten leben und ständig an den Westen denken. Zwei überlagerte Sender im Kopf haben. Irgendwann wird man verrückt, wenn man nicht die Frequenz sucht, die einen umgibt. Und wenn er sie gefunden hat, würde er es mit Leuten zu tun haben, die er sonst nie kennenlernen wollte und würde genauso konfus. Eigentlich bleibt nur das Saufen. Das haben die raffiniert eingefädelt. Die Trinker sitzen wie die Heizer unter Deck, saufen und saufen, ersaufen die Schnappsteuern, mit denen die da oben ihre sozialen Maßnahmen finanzieren können. Ohne Alkohol würde es gar keinen Sozialismus geben. Eigentlich gehörten die Fotos von verdienten Säufern des Volkes in die Schaukästen, auf der Straße der Besten. Als Adolf Hennickes des Schnapsverzehrs, die um das Wohl des Volkes ihre Arbeitszeit und die Gesundheit opfern. Sie müssten am 7. Oktober auf die Tribüne, alle Besorgenen in die erste Reihe. Aber wer will schon zwischen Brezhnev und Haritus stehen. Im Spätverkauf hat er beschlossen, doch nicht nach Hause zu gehen, sondern in die Kneipe. Mit einer Flasche Schnaps in der Tasche ist man autark, wie ein Kriegsschiff, das mit vollen Rohren in die See sticht. Und wenn er dem Wirt schon zu besoffen ist, bitteschön, er ist auf ihn nicht angewiesen. Aber bei Siege weiß der Wirt, dass eine Kneipe dazu da ist, die Gäste besoffen zu machen. Und wenn sie auf einen Vieren kriechen, klopft er sich auf die Schulter. Andere Kneipbäste haben keine Berufsehre. Die haben über der Theke ein Schild zu hängen, das an Angetrunkene nicht ausgeschenkt werde. Das sei die Humanisierung des Krieges, hätte sein Pilzkollege gesagt, der schon mehr Rommel war. Denn Krieg ist Krieg und eine Kneipe ist da, um sich zu besaufen. Im Siege war es leer. Nur zwei Besoffen am großen runden Tisch und der Kellner, der an der Theke stand, den Blick zur Tür. Im schwarzen Anzug die weiße Serviette über am angewinkelten Unterarm. Er ein doppelter Wurzelpeter und ein großes Bier. Die beiden am Tisch haben ihr Geld gut angelegt. Den im Anzug hat er vorher schon im Schuh sehr jung gesehen. Es war der Hochstapler und Freund der Opa, der ihn zu seinem Assistenten Dr. Schmitz machte. Er schlützte seinen Kopf in beide Hände. Der linke Ellenbogen in der Bierpfütze, die sich auf der Wachstuchdecke Steg aus Drahtbestand hielt nur noch an einem Ohr. An der Nasenwurzel, die frisch verschorft war, sammelte sich Eiter. Er griff zum leeren Schnapsglas, schlägte mit der Zunge die letzten Bestände und ließ es unter Röpsen auf seinen Schoß fallen. Bitte Monsieur. Der Kellner nahm mit Schwung das Bier und den Wurzelpeter vom Tablett und stellte sie auf den Tisch. Er warf seinen Kopf nach hinten und schüttete sich in Schnaps rein. Dabei hätte er fast das Gleichgewicht verloren. Der Chefarzt hatte Probleme seine Handflächen unterm Kinn zu halten. Sie rutschten ihm immer wieder bis zum Jochbein. Die Parkerjacke beugte sich nach vorn. Sein Mund wölbte sich auf und ab wie beim Nahmahler Spucke sammelt. Aber dann sackte er unter leisem Stöhnen Die Parkerjacke schreckt durch schlürfte vom Bier. Seine Backen fühlten sich als würde er Posaune blasen. Kinder Kinder hier machst du was mit stöhnte der Kellner man kommt noch nicht mal aufs Klo. Er sammelte die leeren Gläser vom Tisch. Plötzlich bäumte sich die Parkerjacke auf, ergriff mit Beinen hin den Ärmel seines Nachbarn, kotzte rein und lehnte sich Hand seinen Kopf zu stützen, aber sie glutscht ihm immer wieder vom Kinn. Gut, dass der Kellner gerade auf dem Klo ist. Er legt das Geld auf den Tisch. Ein doppelter Wurzelpeter und ein großes Bier macht 2 Mark und 10. Franz wurde unternehmungslustig. Das kann heute Abend nicht alles gewesen sein. Auf dem Weg nach Hause hört er Stimmen. Und nach ein paar Schnäpsen Stimmen nicht Stimmen. Manchmal sind die Stimmen in seinem Kopf, aber nur wenn er ein zwei Tage nichts getrunken hat. Dann hört er eine vorwurfsvolle Weiberstimme, immer dieselbe, die vor seiner Stumentür mit einer anderen Quatsch, die ihn verteidigt. Anfangs ist er drauf rein gefallen, war sauer. Es gibt nichts zu verteidigen. Er hat keinem was getan, aber nach ein paar Schnäpsen ist in seiner Schlangen Läufen, beide Pfoten auf den Lehen. Er guckte nachdenklich auf die Tischplatte, als ginge in seinem Schabshirn was Philosophisches vor. Einer saß auf dem Boden im Schneidersitz. Er guckte mal zum Chef, mal zu dem, der angelehnt am Schrank stand. Der schlierte lüstern aufs Bett, als sei er Franz ein erotischer Leckerbissen. Aber ein paar Distanorien und das Gangster Trio war weg. Distanorien, die Rolls der Pharmazie, zehnmal besser als Frustan, schon eine davon und man fühlt sich wie ein Baum, durch dessen es sich die ganze Wohligkeit ergießt. Am nächsten Tag sagte man ihm, dass man ihn noch nie so ausgeglichen erlebt hätte, sein über alles erhabenes Verständnis volles Schmunzeln, als man ihm auf der Betriebsversammlung einen Verweis erteilte. Sein Lächeln, als er dem Abteilungsleiter die Hand geben wollte, aber er kennt eine Frau, die lächelt sogar noch, wenn sie beide Beine im Gips hat, aber nur, weil sie dabei ist, das Geld für ihren Trabi aufzufressen, alles für Distanorien, die pro Stück für 30 Mark unter der Hand verscheuert werden. Aber in der Zweigstelle vom Krankenhaus, da hat er die Distanorien eine Schenkte gekriegt, pro Woche 15 Stück. Sie waren ihm von der Ärztin mit so viel Sorgfalt abgezählt, als seien es Gewehrpatronen. Doch nach zwei Wochen war damit ihren Mann umgebracht haben. Der hatte Angst vor Hunden und sie wollte ihn therapieren. Manche sagen, sie wollte ihn loswerden. Sie borgte sich eine ausgewachsene Dogge aus, während ihr arbeiten war. Und als sie nach Hause kam, ließ sie das Kalb von der Leine. Schließlich konnte sie nichts dafür, dass ihr vor Schrecktod umgefallen ist. Daher dachten manche Patienten, sie brauche einen richtigen Mann, keine Memme. Sie brachten extra große Köter mit und lauerten ihr von der Praxis auf. Sie war unpersönlich, gab Bordes die Tabletten aus, wie Wechselgeld am Fahrkartenschalter. Franz stand schon eine Weile unter dem Balkon, von dem er die Stimmen hörte. Er versuchte an der leisen Musik rauszukriegen, welche Spezies er feiert. Er will nicht noch mal reinfallen, wie im Februar. Da Freddy Quinn, 100 Mann und ein Befehl. Die werden so besoffen sein, hoffte er, dass sie gar nicht mehr mitkriegen, dass sie ihn nicht kennen. Da könnte er schön mit saufen, ein auf Hausgemeinschaft markieren. Denn die Wohnungstür war nur angelehnt. Als er in der kleinen Diele stand, sah er durch die offene Zimmertür ältere Männer mit Cowboyhüten und Heiztüchern. Sie saßen vor einer riesigen auf Hochglanz polierten Schrankwand, hämmerten mit den Fäusten auf die Tischplatte. Heute hauen wir auf die. Als sie ihn sahen, blieb ihn die Pauke im Hals stecken. Er wollte gerade ein lockeres und flockiges Hähnlau rufen, aber ein graumelierter Herr mit wiegenden Schultern stak sie schon in seinen Nietenhosen auf ihn zu. Beim Weckrennen hörte er, Es war schwer rauszukriegen, wer da feiert. An den verhaltenen Stimmen hörte er, dass ihn keine Cowboyhüter erwarten würden, vielleicht Theologiestudenten aus dem Präder-Seminar. Meist gibt es bei denen zwei Prozent ihren Holunderwein, den sie selbst angesetzt haben. Und nach dem zweiten Glas fangen sie an endlos zu kichern, weil jemand mit einem Strohhalm aus der Tasse schwarzen Tee trinken. Oder Chemiker. Sie kommen zwar, was ihre Humorkapazität betrifft, gleich hinter den Theologen. Aber das gleichen sie mit selbst gebrannten Schnäpsen wieder aus. Und wenn er dann hinüber ist, stört es ihn nicht, wenn sie die letzten Reste ihres Fundes an Witz ausräumen, auf ihn zeigen und die Frau fragen, nimmst du den oder lieber den? Aber Chemiker sind dankbar. Er kann seine abgeschmacktesten Witze aus der Muttenkiste holen, bei den Weibern ist der Hahn im Korb. Neben ihm saß einige Stütze beim Lachen ihre Hand auf sein Knie. Einmal grapschel sie aus Versehen an seinen Schwanz, sonst wäre sie vom Stuhl geflogen. Ihr gegenüber saß ein Schleimer mit ausrasiertem Backenbart. Der guckte ihr unentwegt in sich ängstlich prüfend, ob die Witze, die erzählt wurden, Franz in die Runde. Jed einer seinen Kumpel besuchen, der steht in der Küche und schält Kartoffeln. Als er aufs Flo hing, hat er aus Versehen die falsche Tür aufgemacht und steht im Schlafzimmer. Liegt die Frau von seinem Kumpel im Bett, aber mit dem anderen. Mensch, bist du ein Idiot, deine Alte liegt mit dem anderen Mann im Bett und du stehst in der Küche und schält Kartoffeln? Wat? ruft er mit dem anderen. Dann muss ich ja für drei schälen. Die Frau lag ihm vor Kichner auf dem Schoß. Der Backenbart hatte nur ein großes lautes Lachen und schüttelte den Kopf. Sabine, du bist beschwipst, wir gehen nach Hause. Sabine, du bist beschwipst, öffste sie nach. Sie drehte ihren Kopf zum Backenbart, du kannst doch abhauen, wenn dir nicht passt. Nun komm, er hielt ihr die Hand hin. Nee, nee, ich hab jetzt weh mal aus der Kneipe abgeschleppt. Nun denkst, ich bin ein Eigentum. Hau mal ab zu Mama. Sie streckte ihren kleinen Finger an Franz Zahnlück und kitzelte seinen Gaumen. Ist das niedlich, wie Französisch. Sie drehte sich zum Backenbart. So wolltest du nie rum Tanten. Da reiß ich mir die Zunge ab. Na, wenigstens passiert was. Franz muss kurz weggenickt sein. Er saß immer noch unter dem Balkon. Die Flasche rumverschnitt vom Spätverkauf war fast leer. In ihm war eine gesättigte Lösung an Trostlosigkeit, auf die er zielgerichtet hingetrunken hat. Nur sie gibt ihm die Kraft, am Montag ein neues Leben anzufangen. Na und, hört Moritz Turmbauern kloppt den Mohren. Warum muss es unbedingt die Gosenschenkel sein? Aber Gisela, sehe ich wie ein Penner aus? Peter, das hat doch damit nichts zu tun. Du bist eben kein Student. Wir Studenten, die über unser Studium diskutieren wollen, finden keinen Platz. Überall an den Tischen Leute, die nichts mit unserem Studium zu tun haben. Gisela, du hast mich an der Tür geplante Ideenkonferenz über die differenzierte Nachnutzung von Bewerten. Und wenn du es genau wissen willst, es ging um meine Diplomarbeit. Franz hörte, wie jemand die Tür zuwarf. Aus dem Haus kam kopfschüttelnd ein Mann mit Brille. Hossa, rief jemand vom selben Balkon und stampfte mit dem Fuß. Hasi, sagte eine Frau, du bist ja nicht zu Hause. Jot sei Dank, sagte der Mann. Freu dich doch, meine Schwester, sagte die Frau, die Giesel hat lange genug gebüffelt. Nun hat sie endlich ihr Diplom. Was hat sie eigentlich studiert? Jetzt ist aber gut. Sport und Pionierleitung hat sie studiert, das weißt du doch. Hossa, Hasi, wir gehen nach Hause, es ist gleich halb drei. Er wird jetzt auch nach Hause. Er wird sich solidarisch geben. So weit ist es schön mit ihm gekommen, dachte er, dass er sich an der Trostlosigkeit von Leuten tröst, mit denen er nie was zu tun haben will. Diplompionierleiter, aber die haben was voraus, haben Höhepunkte, freuen sich auf die Mittagspause, auf den Feierabend, auf das Wochenende, selbst der Hochstapler lebt in der Hoffnung, dass es am nächsten Tag mit einer Frau klappt. Aber was hat er? Ist er was besseres, nur weil er monatelang durchsaufen kann, ohne kotzen zu müssen, oder weil er die Stones lieber hört als Frank Schöbel? Er kann ja noch nicht mal Englisch. Ein Bekannter klemmt die Mansell an die Wohnungstür, eine Einladung zur Wedding Party. Nur weil er aus Nostalgie von Wedding erzählte, er da vor Mauer bei seiner Oma gewohnt hat. Da kann ja lange warten, dachte er. Er macht sich doch nicht zum Affen. Er muss ja zugeben, dass er sich in Endbloss Spiralen verwickelt, alles dreimal zählt, wenn er besoffen ist. Irgendeiner findet sich immer, der das Radio bis zum Anschlag aufdreht, damit er endlich aufhört. Aber nun machen sie extra Wedding Party für ihn. So blöd ist er auch wieder nicht, um sich da vorführen zu lassen. Viel später erst er erfahren, dass er zur Hochzeit eingeladen war. Aber Wedding, die englische Vokabel für Hochzeit hat er sich gemerkt. Und Jude, das Wort hat er sich auch gemerkt. Als er mal eine Bekannte fragte, ob die Beatles mit den Juden nichts am Wut hätten. Hey Jude, das habe er auf einer Plattenhülle gelesen. Das klingelte fast so wie He Pedder. In ihrem Rade würden ja auch keine Mahnen rumkriechen, sagte sie, nur weil Mahde in Hongkong draufstehen. Und Jude sei ein Mädchenname und wurde auch anders ausgesprochen. Auf dem Weg nach Hause dachte er an den Saufarm bei den Chemikern, an Sabine, an die Frau, für die seine Zahnlücke eine glänzende Abwechslung war. Zwei Monate blieben sie danach zusammen, wenn er nicht so ein Idiot gewesen wäre. Die einzige Frau, die seine Saufexzesse wie ein Zauberer wegsteckte, der unzählige Schlangen im Zylinder verschwinden lässt. Und plötzlich war sie in seinem Kopf. Und er fürchtete, sie würde sich wieder als Dauergast einlisten. Als sei es ihr Oberstübchen und nicht seines. Gerade haben sich die Erinnerung an sie verdünnt. Er ging auch nicht mehr an das Fenster, wenn er Hackenschuhe auf dem Hof hörte. Er rannte nicht mehr jedes Mal zur Tür, wenn jemand im Haus die Treppen hoch stieg. Er saß nicht mehr stundenlang im Café, in das sie gerne ging. Immer in der Hoffnung, sie käme rein, setzte sich nach seinen Tisch und es wie immer. Er beugte seinen Kopf nach rechts, dann nach links, um die jeweilige Hirnhälfte zu leeren. Als seien die Erinnerung und das schlechte Gewissen eine Flüssigkeit. Aber sie waren ein Stumpf, der im Zeitraffer durch sein Hirn die Wurzeln schlug. Er bot ihr seinen rechten Arm an, als wollte sie sich einhaken. Er steckte sich den Zeigefinger durch die Zahnlücke, als sei es ihre in seinem Bett liegt und ihn schon freudig erwartet. Aber es war nur ihr grüner OP Schwesternkittel, den sie vor zwei Monaten bei ihm vergessen hat. Und der zerknittert unterm Fenster lag. Was war er doch für ein besoffener Idiot. Und dann noch in ihrer Wohnung, an ihrem Geburtstag, in ihrem Bett. Ihre Freundin hätte doch sagen können, dass sie nicht Sabine ist, sondern deren Freundin. Erst als die Wohnungstür zu knallte, fragte er, warum die blöde Kuh rausrenne, schließlich seien sie doch zusammen, könnten pimpern, so viel sie wollten. Sie sei die blöde Kuh, zischten die blöde Kuh und boxt ihn auf den Arm. Dann rannte er auf die Straße, rief Sabine in alle Richtungen lief und rief er, doch umsonst. Erst dann merkte er, obwohl es Januar war, dass er aufs Bett und sich daneben. Er drehte sich zu ihm und schlankt sich ihren Kittel um den Hals. Nächstes Mal haust du nicht gleich ab, hörste? Er zuffte am Ärmel. Du musst da erst mal nachdenken, Sabine, sind da Zusammenhänge. Er legte seinen Kopf auf den Kittel und die Hand darunter, wo sonst der Hintern wäre. Das Ärmelende legte er an seinen Schwanz und schlief ein. Als er wach wurde, stand die Sonne schon weit über dem Dach. Obwohl es erst Nachmittag war, schien es im Zimmer wie früher Abend. Ihm war bei jeder Bewegung, als würde sein Hirn gegen die Schale schlagen. Dieser Elende rumverschnitt. Dazu die Trostlosigkeit, zu wissen, dass heute am Sonntag nicht mehr viel passieren wird. Es ist auch gestern nichts passiert und vorgestern. Eigentlich ist bei ihm noch nie was passiert. Sein Leben ist tote Hose. Er kennt noch nicht mal das Freibad in Pankow. Und statt einer Krankenschwester hat er ihren Kittel im Bett. Dafür fängt morgen die Arbeit wieder an. Arbeit. Das Wort klingt schon widerlich, wie eine Holzleiter mit gebrochenen Sprossen, an dem man sich die Splitter einreißt. Und Pflicht. Leute, die das Pflicht in den Mund nehmen spucken. schon darum Abstand und Aufgabe. Das ist auch so ein widerwertiges Wort. In der Schule, da haben sie ihm Aufgaben erteilt, ihn gar nicht gefragt, ob er es überhaupt wollte. Er gebe auf, hat er gesagt, das sei doch auch eine Aufgabe. Es hat ihn auch keiner gefragt, ob er Lust hätte, auf der Welt zu zappeln. Aber viele scheinen ihn das vergessen zu haben, dass sie einfach nur raus geschmissen wurden aus einer anderen Spermie, die zum Spaß auf den Rummel ging, um Rose zu schießen. Und diese Spaßprodukte kommen ihm mit dem Ernst des Lebens, mit erhobenen Finger, an denen noch die Schwimmhaut zu erkennen ist. Er legte sich auf ihren Kittel und unter dem Kittel da, wo der Hintern wäre, stopfte er das Kissen. Einen runterholen wird er sich, juchzen und quieken wird sie Verlust. Er versuchte es mit piepster Stimme, um ein bisschen Atmosphäre zu schaffen. Heute Nacht, als er nach Hause kam, war er vor Sehnsucht nach ihr aus dem Häuschen, ist dabei eingeschlafen. Jetzt ist er ausgeschlafen und kaum will er sich auf sie konzentrieren. Das Kissen streicheln, den Kittel umarmt, denkt er an Rennefix im Knirpsenland. Seit der dritten Klasse hat er nicht mehr dran gedacht. Als Rennefix mal hungrig war, aß er ein kaltes Bügeleisen gar. Jetzt erst fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, dass Rennefix es einfach nur gegessen hat. Hart wie es war und nicht gar. So wie man Kartoffeln kocht. Es kotzt ihn an, dass sein Kopf kein Korken hat. Dieser scheiß Rennefix immer kommt ihm irgendwelche Gestalten in die Quere, Paar Dragees ab und Euro die hat er auch noch. Sie stimmten lebensfroh, machen selbst das Schippen von Scheiße zum erfüllten Urlaubstraum. Er schluckte sie mit Wermut, trank den Rest vom Seemannslob und machte sie stark klar. Er füllte den Himbeergeist in die leere halbe Flasche vom Rum verschnitt und steckte sich in die Jackentasche und seine letzten zehn mag. Mit denen lädt er Sabine ein in ihr Lieblingscafé. Für jeden zwei Schoppen Wein, dann sagt er ihr bei so Kerzenschein ganz herrlich, langsam und bestimmt, dass es das letzte Mal sei, er für sie beide ab morgen nicht mehr trinkt und dann geht er zu ihr nach Hause, schläft endlich mit dem Inhalt, nicht dem Kittel, wie ein Kind wird sie sich freuen, dass gebratenem. Als er das Ohr an die Tür hielt, hörte er das Klappern vom Geschirr. Er klingelte dreimal kurz und dreimal lang, wie sie sich es damals ausgemacht hatten. In der Tür stand der Backenbart, der von der Chemikerfeier, in hellblauer Twist-Hose und umgebundener Schürze, in der Hand eine Bratengabel. Bieneleinchen rief er, drehte sich um und tänzelte in die Küche. Seine Hosen waren so eng, dass der Stoff in der Kimme verschwand. Und, fragte sie, die eine Hand am Türrahmen, im kurzen Rock und engen Niki, Sabine, ich trink ab morgen nicht mehr. Schön für dich. Der Backenbart kam zur Tür, sie legte ihren Arm um ihn und knutschte ihm die Stirn Latze. Das kann noch nicht wahr sein. Ich reiste mich in Arsch um für uns bitte neues Leben anzufangen und du? Da merkte er, dass die Tür schon zugeschlagen war. Er rannte die Treppen runter, zwei Stufen auf einmal. Das kann alles nicht wahr sein. Als er auf der Straße stand, wusste er nicht wohin. Am besten alle Stampen abklappern und sich eine Frau angeln. Ist egal welche. Er muss sich ablenken mit so vielen wie möglich. Er wird seine Erinnerungen überstreichen. So oft, bis er von der Grundfarbe nichts mehr sieht. Doch es ist Sonntag, da ist nicht mehr viel los und nach Hause will er nicht. Es sei denn, er säuft sich vorher die Haken voll. Sonst kommt die Kindheit wieder hoch. Wenn er im schummrigen Zimmer seiner Oma saß, hörte noch die anderen, die kreischend auf der Straße spielten und er, er musste hoch zum Abendbrot, zwischen hohen dunklen Möbeln, dazu lasst läuten der Glocken, am Sonntagabend mit dem er zusammen gelernt hat. Und er hat eine Schwester, mit der wollte er ihn mal verkuppeln. Aber die hörte nur den Rias Treffpunkt und hat selbst vergessen vor sich hingetanzt, ihn nicht beachtet. Warum sollte sie ihn heute beachten? Höchstens weil ihm ein Vorderzahn fehlt. Egal. Die Hoffnung ist ein Muskel, den man sich trainieren kann. Einfach Prenzlo Allee in die S-Bahn steigen, in 20 Minuten ist er da. Das ist die Zeit, in der man fünfmal ein Ei kocht und wie oft wurden sie zu steigen, weil eben schon die vier Minuten zu langweilig waren, um am herzustehen. Die S-Bahn war fast leer. Nur in den Zügen, die von außerhalb kommen, aus der anderen Richtung, drängen sich die Menschen. Was haben die davon? Die schwitzen sich ins Grüne um zu bahnen und wenn sie zurückkommen, sich in überfüllte S-Bahn pressen, sind sie wieder klatschnass. An der anderen Fensterreihe saß ein schlafner, besoffener Soldat, die Mütze ins Gesicht geschoben. Zwischen den Füßen eine offene Flasche Schnaps, die noch zum Drittel voll war. Kristallwodka, der blaue Würger. Schade drum, denn wenn er aufsteht, denkt der nicht mehr dran und die Flasche kippt um. Andere Fahrgäste rutschen drauf aus, brechen sich die Knochen. Wenn jeder auf den anderen Rücksicht nehme, das wäre schon Kommunismus. Er angelte sich die Flasche, kippte sie sich hinter und ließ sie unter den Tisch rollen. Teufel, nach Aprikosen, Pfirsich oder Himbeergeist bleibt noch das Gefühl, gesund geliebt zu haben, aber Kristallwodka schmeckt nach Mutprobe, eine Gespensterbahn für die Gedärme. Am Tag seiner Einsägen und da stellte sein Onkel eine Flasche Kristallwodka auf den Tisch, mit so viel Nachdruck, dass sich alle Augen auf ihn richteten, die Gespräche am Tisch verstummten. Als er sie öffnete, legte er eine Feierlichkeit an den Tag, als sei er ein Bürgermeister, würde ein Band durchschneiden, um den Bau eines Rathauses freizugeben. Und er, er bekam nichts ab, weil der blaue Bürger nur für harte Männer sei und um zu zeigen, dass sie harte Männer waren, haben sie beim Trinken keine Miene verzogen, nur ihre Augen traten aus den Höhlen. Als er in Karo die Treppen vom Bahnsteig runterlief, überlegte er, ob er nicht wieder zurückfahren sollte, denn er hat schon ein paar Mal die Stufen verpasst, musste sich am Geländer festhalten. Die Schwester seines Kollegen wird ihn vielleicht gar nicht mehr kennen. Die Flasche mit Tim der Geist, die aus seiner Außentasche guckte, versuchte er, in der linken Inntasche zu verstecken. Nur, dass sie ein Loch hat und die rechte auch, das ist das Problem. Er muss den linken Arm anwinkeln, ihn an den Körper pressen, damit die Flasche ihm nicht durch die Jacke flutscht. Und da wir locker bleiben, falls die Schwester ihm die Tür aufmacht, nicht denkt, er sei verklemmt. Als er am Gartentor klingelte, wischte er sich mit dem Hemdsärmel schnell noch den Schweiß von der Stirn. Aus dem Haus kam die Schwester. Ach du Scheiße, mit dicken Bauch, ach der Monat, schätzte er, auch das ist abgegessen. Mein Bruder ist tot, sagte sie, er hat sich erhängt. Ist das ne Scheiße, sagte er. Für uns alle, sagte sie, na denn, sie gaben sich die Hand. Es wurde dunkel, im S-Bahn-Nachtteil flackerten die Lampen, ihr nahm einen Schluck aus der Flasche. Wieder einer weniger, einer ist vom Schornstein gesprungen, einer aus dem fahrenden Zug, einer wollte in den Westen abbauen, nur um sich erschießen zu lassen. Und jetzt das. Was ist der doch für eine Pfeife, für das Leben zu faul und für den Tod zu feige. Er dachte an die Frau, die in ihrer Wohnung ausgerutscht ist. Sie fiel genau mit dem Kehlkopf gegen die Tischkante und war tot. Dann hat die Lehrerin seiner Mutter gesteckt, dass er einen Tick hätte. Er würde ausgerenkt würden, wäre er bloß nicht nach Karo gefahren. Gleich wenn er zu Hause ist, wird er in die Trümmerkutte gehen, sich das ähnende Wochenende wegsaufen. Trümmerkutte ist die einzige Kneipe, die bis früh um fünf auf hat, eine Stunde schließt und um sechs wieder öffnet. Da Mark hat er noch das muss bis null reichen. Dann fängt sein neues Leben und die Arbeit, obwohl morgens in der Straßenbahn, S-Bahn, wer einen Sitzplatz hat, der schläft und wer steht, der gähnt. Viel zu müde und zu schlapp, sich die Hand vorzuhalten. Hauptsache pünktlich, um sich das Leben zu versauen und alles für den Weltfrieden. Die Idioten kriegen nicht mit, dass es gar keine Kriege in die Pfanne, wenn er friedlich und ausgeglichen zu spät kommt, weil sie auf seiner Backe noch das Muster sehen vom Kopfkissen. Er sollte wenigstens seine Mundwinkel runterziehen, damit sie merken, dass es ihm genauso geht wie ihn, nämlich Scheiße. Bernau, Endstation, in die falsche Richtung gefahren, egal, wann kommt man schon ins Grüne und dann noch in die Mitroba, eigentlich ist er schon gesoffen, aber in Bernau hat er noch nie Bier getrunken und in seiner Jackentasche da wartet eifersüchtig sein angetrunkenes Mädel. Er braucht nur den Mund aufzumachen und schon ist sie für ihn da. Er wird sich dos saufen bis ins tiefste Loch der Erde, aber sie gönnen uns nichts mein kleines Sinn mehr Geißlein, nicht ein Bier geben vor, das Feierabend sei, aber nur Ach du Schöne, lass sie glotzen, wir treiben es am Tisch, wir machen ein Quickie, dann bist du ich und ich bin du bis auf den letzten Tropfen. Er hielt sich am Tisch dicken Zöpfel fest, um aufzustehen und landete mit allen Vieren auf dem Boden, die Decke über ihm samt Seilstreuer, Aschenbecher und der Vase mit den Plastennelgen. Er versuchte die leere Flasche zu greifen, die zur Tür rollte. Pfoten wurde er unsamt von hinten auf die Beine gestellt, seine Arme auf den Rücken verringt, den Kopf nach unten erkannte er an den Stiefeln, dass es Transportpolizei war. Ab ging es um ein paar Ecken, dann stieß der Trapo ihn in ein halbdunktes Kapuff. Er schloss die Tür hinter sich, schob den Riegel vor und krempelte sich die Ärmel hoch. Nehmen Sie sah Franz einen anderen Trapo, der am Schreibtisch saß. Vor lauter Schiss fiel ihm nur ein Name ein, der seines Saufkumpels. Rühren Sie mich nicht an, ich bin der Bruder von Rainer Bonke. Der Trapo guckte zudem hinterm Schreibtisch, der runzelte die Brauen und schüttelte den Kopf. Der Trapo krempelte seine Hemdsärmel wieder runter, schob den Riegel zur Seite und stieß ihn auf den Bahnsteig. Dann sagte er weg, in einer dunklen S-Bahn, die nicht mehr fuhr, weil es schon Nacht war. Also lieber Schöne, ich bin mir ganz sicher, auch im Namen deiner Fans, die heute als Zuhörer hier sind, will ich eigentlich Danke sagen dafür, dass du dich so kurzfristig dazu bereit erklärt hast, unsere verpfalte Kneipe mal wieder zu lesen. Wie du willst, ich gehe schon mal bis zur Miete sammeln. Wo ich meine Zierklinie lassen jetzt? Da kann man schnell Zierklinie packen. Zierklinie Vielen Dank.